Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen ASMR-Video. Heute geht's weiter. Ich habe hier gerade vorher was gelesen. Hier, Halbfinalauslausung Chelsea gegen Bayern. Moment, City gegen Real Madrid. Überraschungssieg gegen Heidenheim. Ja, bin ich auch hier Top-Torjäger. Also, man könnte, wenn man das liest, hier nicht meinen, dass wir Platz 14 sind. Wir haben ein wichtiges Spiel vor uns. Kalender. Ah ne, erst gegen Rostock hier. Darmstadt kommt noch. Drei Siege in den letzten drei Spielen. Und jetzt geht's gegen Rostock. Wir können uns auf Rang 13 vorarbeiten. Rostock ist Platz 8. Ja, es sieht momentan wieder besser aus. Oh, Übereinkunft zu Weißverkauf. Wir bekommen drei Millionen. Klasse. Für den 33-Jährigen. Und hier, ähm, zwischen Red Bull Leipzig wird noch verhandelt. So. Und wir gehen in das Heimspiel. Blau gegen Weiß. Ähm, vielleicht... Ne, sind eigentlich alle fit. Weiß, weiß, weiß ist hier Kapitän. Zentraldefensiv. Ja, da haben wir... Wenn wir jetzt wirklich abgehen würden... Bergmann noch. Ja. Auf ins Spiel. Drückt mir die Daumen und lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Spiel gefällt. Vier Tore in den letzten drei Spielen. Sehr schön. Ein Heimspiel gegen Rostock. Wie ist denn das? Ich weiß gar nicht. So, hier. Rostock Platz 8 mit 44 Punkten. Und wir haben Platz. Oh, wir sind die schlechteste Defensive. Boah. Aber auf einen Nicht-Abstiegsplatz momentan. Ja, nächste Saison kommt... Mit dem Geld, was wir haben und vielleicht noch bekommen werden, können wir uns noch ein bisschen verstärken. Einen kleinen Umbruch vollziehen. Und los geht's. Kaiser. Abgefangen. Rosbach. Wieder Rosbach. Was ein Pass. Hui. Aber wer abseits... Ne, nicht abseits. Ist nur am Tor vorbei gekommen. Okay. Ja, war schon die erste gefährliche Annäherung. Hansen. Oh, Mist. Fast noch hier Ding dran gewesen. Eine Drehung. Ja, zu zentral auf den Kieper geschossen. Vielleicht ein bisschen... Platzierter. Wow. Was ist denn hier los? Heinrich mit einem Kopfballtor nach einer Ecke. 1-0. Ich glaub's nicht. Ja, den hätte er auch halten können. Hier. Zweites Saisontor für ihn. Heinrich. Ich kann mich noch an das erste erinnern. Ja, das ist sehr schön. Damit lässt sich schon mal gut arbeiten. Achtung. Es geht über rechts. Stein. Bremsen. Bremsen. Kulke. Aber der nächste Eckball. Gucken wir mal. Was rauskommt. Bremsen war schon wieder bereit. Schmidtstein. Schmidt. Nächster Eckball. Bremsen. Weiß. Auf Stein. Der ist recht klein. Der Stein. Null. Das hat sich geheimt. Dul... 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 Schwitsch. Schmidt. Schön. Hansen. Und das 2-0. Jetzt geht's aber rund hier. Ja. Ja. Hansen macht aber auch jetzt viele Tore. Seitdem sich die Einstellung hier ein bisschen eingeprägt hat. Ja. 2-0. Wir spielen hier gar nicht mehr wie vor ein paar... vor 5, 6 Spielen. Fast. Pressing ist gerade gut. Witsch. Wird nicht angegriffen. Michael. Zu direkt. So. 23. Minute. Kaiser. Mit einem sehr guten Ball. Keller. Mist. Gut gedacht. Und Heinrich. Auf Michael. Keller. Keller und Stein sind so klein. So, Pernik. Boah. Sehr gefährlich. Gut gehalten noch. Nächster Eckball. Geh zurück. Kaiser. Was war jetzt los? War das Abseits? Abseits. 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 Hausbach. Schmidt. Kaiser. Weitergeleitet. hätte man sich das 3 0 verdient schön durchgespielt hier abgewehrt oh kolumbo hier richtig knapp noch dran weiß noch 5 minuten stein auf bernick sehen wir heute was von ihnen stein ist da hinten kein foul und er landet im aus ja komfortabel zwei tore führung vor der halbzeit ein angriff ist doch noch drin oder ja wir kriegen noch unsere gelegenheit gegen hansa rostock bernick schön ja das war wohl nichts und abpfiff zur halbzeit pause sehr schön wie gegen heidenheim haben wir unsere drohe gemacht und vielleicht haben wir damit schon den verbleib in der zweiten liga gesichert und dann können wir schon mal für die nächste saison planen wichel stein rüberbahn riedel bahn ja ungefährlich hansen oh fast da ist er schon gestartet hier kaiser rüber stein probiert es mal aber ja da ist die schusstechnik noch nicht ausgereift genug rostock wechselt können wir jetzt dann auch mal machen sie kann auch rostock mit kombinationsfußball stein immer noch stein stein schön einwurf rostock wechselt nochmal schön schmäht golke zum eckball übers tor heinrich der torschütze bernick wartet noch auf sein tor in dem spiel zu tor dolcevic ne achtung colombo hier mit der nächsten rettungstat hansen wow kein Foulball gespielt während Fernschuss und Columbo mit der nächsten Rettungstat es geht weiter Rostock erhöht den Druck Kaiser schöner Ball auf Bernick schön er macht das 3-0 und sein wöchentliches Tor sozusagen mit dazu der Top-Torjäger hier in der 2. Liga ganz kalt schön 3-0 ich glaub damit ist die Messe gelesen kein Foul es geht 3er 3er boah was ein Kuddelmuddel gerade schön abgelegt abseits kein abseits geht jetzt echt damit gerechnet dass das abseits war aber anscheinend nicht Eckball Michael so 12 Minuten noch damit stärken wir wieder unsere Tordifferenz wenn es jetzt wo Michel fliegt hier wenn es hier beim 3-0 bleibt dann ist nichts mehr mit hier schlecht ist der Defensive dann lösen wir Ingolstadt ab Spielstation fehlt gerade Bergmann drüber zu schwach gespielt und es geht wieder über Breyer Columbo schön wow aber das gibt eine Karte gelb 5 Minuten vor Schluss für Rostock was war das Columbo rüber auf Baumann Riedel jetzt kein Treffer mehr fangen wer haltet die weiße Weste Michel klasse weg damit wow was für eine Parade noch raus gefischt für mich also und jetzt hier letzte Aktion hoffe ich raus damit und das war's wir gewinnen 3 zu 0 gegen Rostock und holen uns vielleicht die entscheidenden Punkte Hengsburg verliert gegen HSV und jetzt kommt sowieso dann das Spiel der Spiele gegen dann mit Konkurrenten hier wir sind jetzt auf Platz 13 3 Spiele vor Schluss ja und theoretisch könnten wir noch auf Rang 16 kommen ja mit einem Sieg denke ich sind wir so gut wie durch noch noch gegen Darmstadt 40 ja vielleicht schaffen wir so das Tabellen Mittelfeld das wäre natürlich der Oberhit Darmstadt Bremen und Dynamo Dresden ja Leute was denkt ihr welchen Tabellenplatz werden wir erreichen und ja was für Spieler kann ich mehr holen neuste Ziele gucken wir hier nochmal kurz rein ah ok ich bedanke mich bei euch und sage ciao und auf wiedersehen und bis zum nächsten mal an auch ziele die sind ab oder oder b l